So, Maxl, jetzt sind hier die Hasis. Ich zeig sie dir jetzt mal. Ach, jetzt ist er hier hochgehoffelt. Die haben nämlich manchmal... Immer noch so einen Haken. Jetzt aber. Hallo. Das sind Babykaninchen. Schau mal. Und was sagst du? Süß. Und flauschig. Die sind jetzt im dritten Monat. Und die Katze hat Hunger. Ja, die kriegt gleich was. So, also das hier ist der Babykaninchen. Ihr Frühstück, ein paar Äpfel. Eigentlich kriegen die sonst zum Frühstück immer nichts. Aber heute hatten wir mal ein paar Äpfel übrig. Und die geben wir dir dann immer. Und heute Nachmittag bekommen sie dann noch ihr richtiges Essen. Weil das quasi gesehen hat, wie Abendbrot und Mittag gleichzeitig ist. Und dann kommt das jetzt.